Ein bisschen später, gell? Aber weißt du, solange nur ich mich nicht irgendwo reintraue oder irgendwo nicht reintraue, geht's ja noch. Ja, du wolltest dir das ganze Zeug auch nicht mitfahren. Man muss nicht immer überreden. Zum Schluss besonders. Nö, ich steig durch den Wagen durch. Komm, selbst nicht rein. Die kommt da schon nicht hoch. Von der anderen Seite sind viele. Oder sie durchstehen. Von der anderen Seite sind viel weniger. Das ist viel weniger. Genau so. Das zweite Mal wollte ich dann von vorne wehren. Du wolltest kommen. Bis der kommt, habe ich gedacht, oh mein Gott. Jetzt hat er mir die Nase voll. Ah, nö, nö. Das hätte er mal ins Auge geben können. Das hätte er mal ins Auge geben können. Was war das? 노, nö. Oh mein Gott. Ja. uela. Ah. Rap. Pi. Pi.